Hi, in dieser Session und den folgenden Sessions werden wir verschiedene raumakustische Phänomene kennenlernen, die in einem Raum zum Problem werden können. Neben einer Beschreibung der jeweiligen Problematik werden wir auch Lösungsansätze besprechen. In dieser Session beginnen wir mit dem Nachhall. Was ist Nachhall? Was Nachhall ist, haben wir bereits kennengelernt. Wenn sich Schall in einem Raum ausbreitet, so wird der Schall an Wänden und Hindernissen reflektiert. Diese ersten Reflexionen oder Early Reflections, wie man sie im Englischen nennt, treffen abermals auf ein Hindernis und werden wieder reflektiert. So steigert sich die Anzahl der Reflexionen schnell und bildet den sogenannten Nachhall. Die Nachhallzeit oder RT60 ist die Zeit, in welcher die Schallenergie nach Abschalten der Schallquelle auf ein Millionstel oder anders ausgedrückt um 60 dB abfällt. Die RT60 wird üblicherweise für 1 kHz angegeben. Welche Nachhallzeit ist wünschenswert? Je nach Anwendungszweck sind in Räumen unterschiedliche Nachhallzeiten erwünscht. Sogenannte schalltote oder reflektionsarme Räume haben so gut wie keine Reflexionen und keinen Nachhall. Einen schalltoten Raum braucht man aber üblicherweise nur für Messungen und physikalische Experimente. Als Aufnahmeraum oder zum Aufführen von Musik ist ein schalltoter Raum nicht geeignet. Es ist sogar sehr unangenehm, sich in einem solchen Raum aufzuhalten. Das Fehlen von Reflexionen verwirrt uns. Viele verspüren auch einen Druck auf den Ohren oder ihn wird schwindelig, wenn sie sich in einem schalltoten Raum aufhalten. Ein schalltoter oder zumindest sehr reflektionsarmer Aufnahmeraum kann aber dazu verwendet werden, Außenaufnahmen zu simulieren. Im Freien hat man oft nur Reflexionen vom Boden. Wenn man zum Beispiel für einen Spielfilm einen Dialog aufnehmen möchte, der so klingen soll, als ob er im Freien stattfinden würde, so kann man ihn in einem sehr reflektionsarmen Raum aufnehmen. Üblicherweise braucht man aber einen gewissen Nachhall, damit der Klang stimmt. In einem Regieraum im Tonstudio sollte der Nachhall sehr kurz sein. Er muss auf jeden Fall kürzer sein als der im Aufnahmeraum, sonst kann man den Raumanteil der Aufnahme nicht beurteilen, weil alles vom Hall in der Regie überlagert wird. Und auch künstlichen Hall in der Mischung kann man am besten beurteilen, wenn die Nachhallzeit sehr kurz ist. Ganz trocken darf ein Regieraum aber auch nicht sein. Ein Regieraum im Tonstudio sollte eine Nachhallzeit von 0,2 bis 0,4 Sekunden haben. Auch die Nachhallzeit einer Kinoregie liegt in diesem Bereich. Für Sprachaufnahmen oder für Räume, in denen Sprache vorgetragen wird, ist ebenfalls ein kurzer Nachhall von etwa 0,5 bis einer Sekunde ideal. Hier ist die Sprachverständlichkeit das Wichtigste und langer Nachhall stört diese. Generell gilt bei allen Angaben von Nachhallzeiten, dass die Nachhallzeit umso länger sein darf, je größer der Raum ist. In einem größeren Vortragsraum darf die Nachhallzeit bis zu einer Sekunde lang sein. In einer kleineren Sprachkabine in einem Tonstudio strebt man eher 0,5 Sekunden Nachhall an. Auch der persönliche Geschmack räumt etwas Spielraum dafür ein, was die ideale Nachhallzeit ist. Aufnahme- und Vorführungsräume für Popularmusik und Kammermusik haben optimalerweise eine Nachhallzeit von 1 bis 2 Sekunden. Auch wieder je nach Größe und Geschmack. Bei Popularmusik ist die Nachhallzeit besonders dann von Bedeutung, wenn unverstärkt gearbeitet wird. Bei elektrischer Verstärkung ist man durch Nahmikrofonierung und im Live-Bereich durch die Verwendung von Delay-Lines etwas unabhängiger von der Raumakustik. Gerade in einem Aufnahmeraum im Tonstudio sollte die Nachhallzeit trotzdem eingehalten werden. Für Orchestermusik und Oper ist eine Nachhallzeit von 1,5 bis 2 Sekunden optimal. Bei Chorgesang und Orgelmusik sind 2 bis 4 Sekunden optimal. Okay, das waren die Sollwerte für verschiedene Anwendungszwecke. Sehen wir uns nun an, wie man die Ist-Werte ermittelt. Wie wird die Nachhallzeit ermittelt? Einen ersten Eindruck von der Nachhallzeit eines Raumes kann man sich durch einfaches Klatschen und Hören machen. Profis können allein durch Klatschen oft bereits sehr genaue Schätzungen über die Nachhallzeit eines Raumes abgeben. Ansonsten kann man die Nachhallzeit eines Raumes berechnen oder messen. Für die Berechnung gibt es zwei Formeln. Die einfachere ist die Sabinsche Nährungsformel. Sie lautet RT60 ist gleich 0,163 mal V durch S mal Alpha. RT60 ist die Nachhallzeit, V ist das Volumen des Raumes, S ist die Oberfläche des Raumes und Alpha ist der mittlere Absorptionsgrad. Tabellen für den Absorptionsgrad von unterschiedlichen Materialien kann man im Internet finden. Die Sabinsche Nährungsformel gilt nur für Absorptionsgrade kleiner 0,25. Außerdem ist sie besser für große Räume geeignet. Dies ist die Formel nach I-Ring. Sie gilt ohne Einschränkungen. Die Symbole in der Formel sind wieder dieselben wie in der Sabinschen Formel. Ln steht für den natürlichen Logarithmus, den Logarithmus zur Basis e. Ln ist ein Knopf am Taschenrechner. Die Berechnung des Nachhalts ist oft eine gute Annäherung an die reale Nachhallzeit. Durch Berechnung kann man die Nachhallzeit von Räumen ermitteln, die noch gar nicht existieren. Und man kann abschätzen, wie sich bestimmte Maßnahmen auf die Nachhallzeit auswirken. Letztendlich bekommt man das genauste Ergebnis aber immer mit einer Nachhallmessung. Eine solche Messung wird am besten und genauesten von einem Akustiker durchgeführt. Mit einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik, einem Lautsprecher, einem Audiointerface, einem Computer und einer entsprechenden Software kann man eine grobe Messung aber auch selbst durchführen. Einfach im Internet nach Software für akustische Messungen suchen. Die Messmethode, die von Profis für solche und auch andere Messungen am liebsten eingesetzt wird, ist die MLS-Technik. MLS steht für Maximum Length Sequence. Es gibt Software, die solche Messungen durchführen kann, von verschiedenen Herstellern. Eine detaillierte Beschreibung des Messvorgangs dürfte man in der Bedienungsanleitung der Software finden. Das Grundprinzip der MLS-Technik ist folgendes. Die Software gibt ein pseudozufälliges weißes Rauschen aus, das man über einen Lautsprecher wiedergibt. Den Lautsprecher positioniert man am besten dort, wo er später im Studio auch stehen wird bzw. wo die Musiker später performen sollen. Man verwendet einen möglichst linearen Lautsprecher. In Regieräumen verwendet man am besten den Lautsprecher, der später auch verwendet werden soll. Das Messmikrofon positioniert man am zukünftigen Abhörplatz. Es muss unbedingt die Richtcharakteristik Kugel haben, damit der Schall von allen Seiten aufgenommen wird. Sonst könnten Probleme übersehen werden. Das Signal wird von der Software aufgenommen. Da das Rauschen nicht wirklich zufällig war, sondern nur pseudozufällig, ist es dem System genau bekannt und es kann das verglichen werden, was losgeschickt wurde, mit dem, was wieder angekommen ist. So kann zum Beispiel eine Impulsantwort angezeigt oder die Nachhaltzeit für unterschiedliche Frequenzen berechnet werden. Das ist wie gesagt nur das Grundprinzip. Eine genaue Messanleitung findet man in der Bedienungsanleitung der Software. Bei anderen Messtechniken wird anstatt mit Rauschen mit einem Sinus-Sweep gearbeitet. Ein Sinus-Sweep ist ein von der Frequenz her kontinuierlich ansteigendes Sinus-Signal. Wie kann man die Nachhaltzeit beeinflussen? Wir wissen nun, welche Nachhaltzeiten für bestimmte Räume erwünscht sind und wie man die Nachhaltzeit eines Raumes berechnet bzw. misst. Nun stellt sich die Frage, wie man die Nachhaltzeit eines Raumes verändert, wenn sie nicht mit der gewünschten Nachhaltzeit übereinstimmt. Meistens ist die tatsächliche Nachhaltzeit länger als die gewünschte. In diesem Fall muss man den Raum absorptiver gestalten. Sollte die Nachhaltzeit zu kurz sein, muss man den Raum weniger absorptiv gestalten. Wichtig ist, dass man nicht alles mit Teppichen und Noppenschaumstoff auskleidet, um die Nachhaltzeit zu erreichen. Dies ist einer der meistgemachten Fehler. Man dämpft mit solchen Maßnahmen nur die hohen Frequenzen. In den Höhen wird der Raum dann extrem trocken. Bei Tiefenfrequenzen hat man aber nach wie vor einen langen Nachhall. Ziel ist ein klanglich ausgewogener Nachhall. Das bedeutet, dass alle Frequenzen in etwa gleich lang nachklingen. Die Tiefenfrequenzen dürfen aber ruhig etwas länger nachklingen als mittlere und hohe. Ein gewisser Höhenabfall im Nachhall ist normal. Man darf aber eben nicht nur die hohen Frequenzen dämpfen. Als Absorber verwendet man darum am besten entsprechend dicke poröse Absorber und auch Resonanzabsorber. Messsoftware zeigt die Nachhallzeit üblicherweise für unterschiedliche Frequenzen an. So kann man herausfinden, welchen Klang der Nachhall hat. Es sollte nicht alles absorptiv gestaltet werden. Absorber sollten nur an manchen Stellen angebracht werden. An welcher Stelle ist in Bezug auf die Nachhallzeit nicht so wichtig. Da man zur Bekämpfung anderer akustischer Probleme wie stehender Wellen und störender Reflexionen ebenfalls Absorber benötigt, richtet man sich bei der Positionierung der Absorber in erster Linie nach diesen anderen Problemen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Die RT60 ist die Zeit, in welcher der Nachhall nach Abschalten der Schallquelle um 60 dB abnimmt. Sie wird üblicherweise für 1 kHz angegeben. In einem Regieraum strebt man eine RT60 von 0,2 bis 0,4 Sekunden an. In einem Aufnahme- oder Aufführungsraum hängt es davon ab, was aufgenommen bzw. aufgeführt werden soll. Bei Sprache strebt man 0,5 bis 1 Sekunde an. Bei Popular- und Kammermusik ca. 1 bis 2 Sekunden. Bei Orchestermusik 1,5 bis 2 Sekunden und bei Chorgesang und Orgelmusik 2 bis 4 Sekunden. Man kann die Nachhallzeit eines Raumes mit der Formel nach Sabin oder nach der von I-Ring berechnen. Das genauste Ergebnis erhält man üblicherweise durch eine Messung. Um die Nachhallzeit eines Raumes zu verändern, ändert man am besten den Absorptionsgrad des Raumes. Man verwendet Absorber. Man sollte aber nicht alles mit Noppenschaumstoff, Teppichen und Vorhängen dämpfen, denn so werden nur die mittleren und hohen Frequenzen gedämpft. Die Tiefen haben nach wie vor eine längere Nachhallzeit. Besser arbeitet man mit dicken, porösen Absorbern und Resonanzabsorbern, sodass der Nachhall klanglich ausgewogen wird. Der Nachhall darf einen natürlichen Höhenabfall aufweisen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.